so servus leute was geht ich bin es wieder euer leon elektronik heute mal etwas ganz besonderen und zwar bin ich ja auf der durchreise nach herzung aurach und ich habe was gefunden und zwar einen fluss mit einem kleinen staudamm gefunden und ich würde sagen den gucken wir einfach mal an oder hier schon mal so eine brücke da ist der fluss so Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt wie man es sehen kann, bin ich schon wieder auf dem Fahrrad und fahre jetzt weiter Richtung Herzogaurach. Okay, also ihr seht es hier gerade, ich bin am Fahren. Schaut doch schön aus hier, die Landschaft, das ist im Mikkel. Und das Wasser auch hier, super. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn ich was Neues gefunden habe. Ansonsten nachher in Herzogaurach. Bis dann.